Herzlich Willkommen zum Aufbaukurs Telegraphie. Der Sprecher ist Delta Lima 8 Mike Hotel. Wir beginnen heute mit einer Zeichengeschwindigkeit von 18 Wpm, werden allerdings den Abstand zwischen den einzelnen Zeichen wieder etwas verringern. Es gibt kein Start, kein Schlusszeichen, also beginnen Sie zu notieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 BELL RINGS So, ich lese diese ersten 50 Zeichen vor. BELL RINGS So, ich lese diese Gruppe nochmal vor. Es geht direkt weiter mit weiteren 50 Zeichen. Bitte notieren Sie jetzt. BELL RINGS 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 So, ich lese wieder vor. So, die Hälfte der Lektion ist geschafft. Und es geht sofort weiter mit den nächsten 50 Zeichen. Bitte notieren Sie jetzt. So, ich lese wieder vor. So, ich lese wieder vor. So, ich lese wieder vor. So, ich lese auch diese Zeichen jetzt vor. So, ich lese wieder 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 vor. So, das waren die letzten 50 Zeichen. So, ich lese wieder vor. Romeo, bravo. So, uniform. So, ich lese wieder vor. So, ich lese wieder vor. So, ich lese wieder vor.